Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Sengen Kobasara Samurai Heroes mit mir, dem Levitan 2. Heute geht's in die Schlacht. Ich weiß nur noch nicht gegen wen, ich hab's im letzten Port nicht angeschaut. Wir haben entweder Kanbei Kuroda, Yoshihiro Shimazu oder Sorin Odomo. Ich glaube, ich geh gegen Sorin, das ist ein lustiger Geselle und allgemein, ja, warum eigentlich nicht? Ich vermisse Q-Ball, deshalb geh ich auf Sorin los. Hier werden wir Q-Ball sehen, aber leider nicht lebendig. Aber ihr werdet sehen, warum ich Q-Ball so mag, weil das ist genau der Humor von Q-Ball, den ihr hier in der Stage findet. Naja, zumindest den Humor, den ich nicht zerstören werde. Mein Herr, ich habe mich informiert, dass wir einen Intruder haben. Ja, hier hat's auch wieder zwei Generäle, nur diesmal ist es ganz klar, wer der Führer oder wer der Chef ist und wer nur auf ihn hört. Aber wieder das Kraftverhältnis ist wieder andersrum. Ich empfehle euch sehr, hier die Texte zu lesen, wenn ihr dazu kommt, von dem, was die Leute hier sagen, weil das ist, rein zum Durchspielen ist das ja meine Lieblingsstage. Es ist nicht meine Lieblingsstage zum Trainieren oder so, aber rein zum Durchspielen ist das ja meine Lieblingsstage. Weil sie einfach so witzig ist. So, aber ich denke, ich sollte euch mal die Enthauptung zeigen, die wir noch im letzten Park gekriegt haben. Wie sieht denn etwas so aus? Ja, wie soll ich sagen, ist halt ein sehr und guter Angriff gegen eine Person. Hier hinten gibt's, glaube ich, noch irgendwas. Vor allem halt exzellent, um Truppenführer auszunehmen. Aber auch sonst ist, warum eigentlich nicht, hm? Ist halt wirklich nicht so gut gegen Gruppen wie jetzt zum Beispiel, äh, Auslöschung. Aber dafür habe ich ja auch noch all meine anderen Angriffe. Und, ja, wirklich, quasi all meine anderen Angriffe sind gut gegen Gruppen, außer vielleicht meine, den, den ich am seltensten einsetze. Den hier. Aber auch der, ja, der hat auch so seine Effektivität gegen Gruppen. Nur halt, echt so. Und Enthauptung ist, sozusagen, der schlechteste Angriff, meiner Meinung nach. Also, Enthauptung ist, glaube ich, wirklich der schlechteste Angriff von, äh, Mitsunari. Aber auch einer der coolsten, hier. Macht das auch nicht so viel Schaden, wie man es gerne hätte. Aber. Gott, wenn es nicht ein cooler Finisher ist. Xavi welcomes you. Das ist auch... Unheuerlich zu sein. Monoshige und, äh, Sorin sind auch mein Lieblings-Duo im ganzen Spiel. Einfach weil, äh, Sorin ist so ein... Ich würde ihn als verwöhnten Bengel bezeichnen, aber er ist auch der Anführer hier. Und, äh, Monoshige ist dieser Sam... ehrenwirte Samurai. Wirklich ernst und alles, der... Zu sehr Samurai für dieses Spiel ist. Weil, ich hab das Gefühl, er kämpft nicht gerne für seinen Herrn, aber ist durch seine Ehre dazu gebunden. Hier haben wir Q-Ball. Zumindest, naja, jemand, der seine Maske trägt. Wie kannst du das wagen? Ich weiß gar nicht, wer... wie Q-Ball wirklich heißt. Also, ich meine... Jetzt halt einfach nicht den... Devil Kings Terms. War's der Richt, der auch, äh, war einfach Xambi oder heißt nur die Religion so? Ich weiß es gar nicht. Kommt eigentlich auch gar nicht drauf an. In diesem Spiel gibt's hier nicht mehr. Obwohl ich mir es anders wünschen würde. Naja, es gibt auch keine Puff mehr. So, jetzt lauf vor Monoshige weg, denn... Gott, wenn's nicht Monoshige ist. Jetzt, äh, ich hab gesagt, Monoshige sei ein ehrenwerter Samurai, nicht ein realistischer. Und ich hab eigentlich auch keine Lust, vor ihm davon zu rennen. Es gibt zwei Dinge, die ich von meinem Vater erhebte. Der erste ist der Lichterflug, und der zweite ist der Geist des Samurai. Ich kann nicht großartig haben, aber ich habe Loyalität. Und ich versuche nie, dass ich mich nicht verhöhnen oder mein Herrs Name verhöhnen. Das mit dem, äh, das mit dem keinen großen, äh, keinen, das sind keine richtigen Fähigkeiten oder Talent oder was er gesagt hat, ist übrigens eine Lüge. Denn er zählt zu den stärksten Samurais im Spiel. Also, einfach von der Legende her. Ich würde jetzt sagen, einer der drei stärksten. So wie noch Savi, Happy Memory. Jetzt hab ich leider nicht mehr gesehen, wo ich ihn schlage. Hier kommt er, und da geht er, und viel Spass! Ich weiß nicht. Rein von der Zerstörungswut her ist es recht praktisch. So, und wenn ihr jetzt seht, wie sehr ich, wie sehr viel ich ihm raube in seinem Leben, dann merkt ihr auch, worum ihr empfohlen wurde, wegzurennen. Aber, ich habe andere Pläne. Ich habe immer andere Pläne. Lass mich in Ruhe, mit deinen aufgeblasenen Kettensägenklingen, die ich so gerne spielen würde. Autsch. Oh, nein, 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 ich wurde verflucht! Gott. Jetzt kriegt ihr es zurück. Von dem Leben her sollte ich jetzt vielleicht doch einen Abgang machen. Ist jetzt da doch ein Kanonenkugeln durchgeflogen? Ich glaube schon. Nein! Das darf nicht passieren. Ja, genau, lass den nicht durch. Just, by looking at him, you can tell! He has a really big heart! Yeah! It is the fields I battle upon, from which a new world shall arise. Du sch... My heart is the heart of a samurai, where it is filled with unwavering dignity and proud honor. Ja, Munoshige ist wirklich ein bisschen... Ach komm, ich möchte nicht verflugt sein. Soviel zu dem Thema. Ehre. Komm. Denkst du wirklich, du kriegst mich, Munoshige? Und... Enthauptung. Für das ist sie wirklich hilfreich. Aber ich sollte weg. Weil das, was jetzt kommt, ist unschön für mich. Nein, 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 nein. Weg hier, weg hier, weg hier. Warum springt der Typ? Der hat mich erwischt. Ich glaube, ich sollte mich nicht mit ihm beschäftigen. Ich habe zu wenig Defense dafür. Ich habe gedacht, ich kann ihn kriegen, aber... Vielleicht sollte ich da auch davonrennen. Was für ein überdramatischer Abgang. Nochmal! Diesmal gehe ich aber ein bisschen schneller durch, falls es okay ist. Die Auslöschung wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wieder mitzunehmen, aber... Nö. Wird schon irgendwie gehen. Zum Glück kann ich die meisten Leute einfach quasi... An den meisten einfach vorbeireiten. Wie auch immer. Oh... Ihr könnt mich nicht aufhalten, also was versucht ihr hier, um mich zu tun? Möchtest du sterben? Aber natürlich möchtest du das. Warum würdest du mir im Weg stehen, wenn du nicht sterben möchtest? Ja, und jetzt geht's wieder ein bisschen... Es hat vielleicht doch noch ein paar Leute übrigens, sonst kriege ich kein Level dafür. Und da haben wir wieder ein bisschen lag. Na, das sollte nicht da zu schlimm sein. Könnte mich darin schon unterbrechen. Wäre vielleicht gar keine dumme Idee. Ich meine, er fliegt auf einem Teppich, er läuft nicht mal, also... Das kann schon ein bisschen langsamer sein. So kennen wir. Ja, ja. Äh, Muni... Ich werde hier trotzdem... Ich werde schauen, dass ich nicht gerade so quasi letztes Mal alles abkriege, aber... Ich möchte doch noch die Truppenführung und alles erledigen. Ja, 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 ja. Haben wir schon. Was? Du stehst schon hier? Oh Gott, das war... Aber unser General ist etwas, das ist so viel mehr. Das ist ein Flüchtling in der Nähe. Schon? Es ist Munishige aus dem Westen! Und das ist seine Leitungsfläche! Kann von mir auch schon Munishige sein. Das Schöne daran ist, äh... Das Schöne ist, dass er nur auf mich scharf ist, dass er nicht meinen Turm hier da... Oh, den wollte ich gar nicht drücken. Dann... Na egal. Nutzen wir, was wir haben. Auch wenn wir es nicht haben. Ist das ökonomisch, die Wände einzureißen? Ach so, er ist durch die Wand gebrochen, damit er nicht auf seinen Herrn treten und auf die Bilder seines Herrn treten muss. Was? Ich denke, auf eine Art und Weise macht es Sinn. Ist mir bisher gar nie aufgefallen, dass er es deshalb gemacht hat. Ich denke, er hat einfach immer nur Gefallen daran gefunden, durch die Wände zu brechen. Sieht cool aus. Hey, was machst du schon wieder hier? Ah, da muss ich das halt wieder einsetzen. Ist der mit dem Namen schon tot, ne? Jetzt ist der mit dem Namen tot. Ah, ich möchte gar nicht. Ciao. 200 Codes. Heißt das, dass er mir hierauf gar nicht folgt? Der Monoshige. Monoshige, wo bist du? Was machst du, Monoshige? Kommst du jetzt nicht hier auf die Brücken drauf? Nee! Er wird nicht auf das Gesicht seines Meisters treten. Das finde ich... Das finde ich irgendwie noch cool. Entschuldigung. Ich nutze es schnell. Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe mich schon immer gefragt, wie seine Frau es ist, weil er spricht von ihr als sei es das größte Monster im ganzen Krieg. Und ich glaube, es ist mehr so als für die Comedy gesprochen, als für die Ernsthaftigkeit. Schaut euch hier zu. Da fahrt ihr die Fliegen. Es gibt ein paar Dinge in diesem Welt, die Saivismus einfach nicht die Antwort ist. Ich denke, der Herr Mitsunari macht Dinge mehr kompliziert, als sie müssen. Ich habe die Türme kaputt gemacht, damit sie kaputt sind. Aber anscheinend kann man damit quasi Monoshige ein bisschen aufhalten. Das hilft natürlich. Ich darf nicht. Wenn ich da... Ich darf noch mal im Wege folgen. Ich habe einen Traum. Und in es... Du... Du hattest mich. Oh mein. Du kriegst mich hier nicht. Blöde Magier. Blöde Kanonenkugel. Ja. Ja. Naja. Monoshige muss jetzt den langen Weg durchgehen, was für mich eigentlich ein Vorteil ist. Das war nur ein Kanonkugelblock, den ich eigentlich wieder nicht machen wollte. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt diesen Knopf drücke. Oh mein Gott. Ich werde nie vergessen, unsere Freundschaften. Ich werde mich nicht vergessen. Wenn jemand so glücklich sein muss, um den Pontiff Zavin zu sehen, dann berufe ich an Herrn Soren zu einmal. Und hier. Wir sparen ein paar Worte, mein Herr. Für die, die folgen in deinem Leben. Ich habe deine Meinung gefragt? Nein, ich habe nicht. Nein, vor allem nicht für jemanden wie dich, der die ganze Zeit Umwege laufen muss. So, und hier kommst du auch nicht so schnell durch. Wunderbar. Hey, George, war da. Du bist tot. Der war schneller tot, als es sich's gewünscht hat. So, entschuldigt mich. Ich habe hier oben ein Rendezvous. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, da gibt es eine Sache, die du weißt. Es gibt kein Trick. Es gibt keineảmens. Absolut. Deshalb kennen wir mich heute auch noch so wunderbar. Monoshige ist ein guter Mann, aber ich wünsche, dass er sich mehr verwendet wird, um Menschen zu Zavismen zu verändern. In dem Namen von Zavismen, wir gehen Zavismen! So ein großes Ding müsste doch ein bisschen getroffen werden. Dafür kriegt's keinen. Möchtest du nicht? Ein bisschen. Ein bisschen hier drunter leiden, unter meiner Zeitlupe. Das Ding fängt an zu singen. Oh Gott, wie herrlich. Ich besiege das riesige Gesicht von Q-Ball. Monoshige kommt einfach nicht an mich ran. Schon zu spät. Dich mach ich auch noch kaputt, bevor du dir meinen Turm wieder kaputt machst. Wehe dir. Ach, da kommt Monoshige wieder. Soll ich Monoshige auch noch erledigen? Ne. Der hat jetzt weniger defensive Verteidigung, weil alle Türme weg sind, aber... das sind die Katzchen habe ich noch nie gesehen. Das Level und Duo gefällt mir gerade noch mal ein Stückchen besser als schon zuvor. Und wenn etwas zu meinem Herrn passiert wäre, würde ich verloren werden. Ich kann nicht warten, um ihn zu befinden. Ich kann nicht warten, um ihn zu befinden. Sein Lied aufzunehmen. Sein Lied aufzunehmen. Sein Lied aufzunehmen. Ich bemerke mich. Sein Lied aufzunehmen. ein paar interessante gegenstände dreifacher schaden gegen maschinen und feuerimmunität gegen verbündete dafür verbündete und die verbessern wort wie wie viel 500 stimmt das ja nicht viele level aber ja auch kein auch nichts neues im sinne von angriffen naja immerhin eine neue war also neue waffe eine echte verbesserung der alten sollte eigentlich schon genügend sein also stellt mich schon mal zufrieden ich muss jetzt nur wieder das Zubehör der Waffen ändern und blablabla so der wird sich wohl nicht mit dir verbinden heißt das was ich denke dass es heißt absolut meine damen und herren willkommen im finale daybreak daybreak mitsunari i fear we may have been dealt another foul hand gen what is it now yoshitsugu date of oshu has formed an alliance with ie yasu it is hard to believe they would act so irresponsibly at a time when the country is on the verge of collapse i don't care it doesn't matter who he chooses to ally with i will see to it that he meets his end do not underestimate the weight of this securing ocean means that assaulting his forces from the rear will be next to impossible so it is his plan to continue recruiting until there is no one left very well so so wir dürfen nun im nächsten part ins finale gehen zumindest ins finale von mitsunari geht manchmal ganz schnell mit diesen charakteren dafür brauchen wir dann aber wieder also wir brauchen es nicht aber die auslöschung ist halt besser und ich denke die hasklinge hat hier auch den vorteil aber ich muss zuerst noch das zubehör entfernen dankeschön und dann waffen hasklinge b mit einem angriffsboost und einem basara anzeigenfüller so damit bin ich sicher mal um einiges stärker als zuvor und meine verteidigung lässt ein bisschen zu wünschen übrig naja wie auch immer gut ich würde dann sagen das wars für heute ich hoffe ihr schaut beim nächsten mal auch wieder ein wenn wir in mitsunaris finale gehen in diesem sinne hoffentlich bis zum nächsten mal